Hallo und willkommen zu einer neuen Review auf Fireteam TV. Mein Name ist Peter und ich stelle euch heute das HESFIT Band S3 vor. Schauen wir uns kurz die Verpackung an und die ist ziemlich simpel. Wir haben nur das Band. Auf der Rückseite haben wir den Barcode für die Android und die iOS App und auf der Rückseite haben wir die Erklärung der einzelnen Funktionen. Was ein bisschen schade ist, dass hier ein Micro-USB-Kabel fehlt. Für iPhone-User vielleicht von Interesse für Android-User nicht wirklich wichtig. Das HESFIT Band S3 ist ein sogenannter Activity-Tracker und neben der Messung der Herzfrequenz bietet es noch sehr, sehr viele weitere Features. Doch schauen wir uns erstmal die Spezifikationen an und die sind ziemlich simpel, denn wir haben hier einen kleinen LCD-Screen, eine Screen-On-Time von circa 5 bis 7 Tagen, wobei ich manchmal sogar ein bisschen mehr geschafft habe. Ein winzig kleiner Akku, der wirklich in einer Stunde aufgeladen ist, Bluetooth 4.0 und wir können hier die Temperatur messen, wir können die Herzfrequenz messen, die Luftfeuchtigkeit und haben hier sogar einen Barometer mit drin. Doch schauen wir uns kurz das Display an und ich erkläre euch kurz die Anzeige. Oben haben wir die Uhr, rechts daneben die Batterie. Wir sind 287 Schritte heute schon gegangen, das macht 0,2 Kilometer. Wir haben 20 Kalorien verbraucht, noch 0 Stunden geschlafen. Es wurden noch keine Herzfrequenzmessungen durchgeführt. Wir haben eine Handgelenktemperatur von 22,6 Grad und eine Außentemperatur von 21 Grad. Wir haben eine Luftfeuchtigkeit von 53% und einen Luftdruck von 994,3 Hektopascal. Dazu kann man sich recht noch den Periodenzyklus anzeigen lassen, wird von mir aber nicht ganz so oft genutzt. Die Anzeige sieht ein bisschen Oldschool mäßig aus und erinnert so ein bisschen an die alten Casioen, aber sie ist wirklich übersichtlich. Man gewöhnt sich sehr schnell an die ganzen Symbole, die man da sieht und sie ist vor allem richtig gut ablesbar, auch beim starken Sonnenschein. Zusätzlich kann man die Uhr noch beleuchten, was ein großer Vorteil vor allem bei Nacht ist. Doch kommen wir zum Tragekomfort, da hat mir die Uhr echt gut gefallen. Ich habe schon so einige Smartwatches getestet und viele davon saßen nicht wirklich gut, wobei man hier sagen muss, das kommt natürlich auf die Person und vor allem auf das Handgelenk an. Aber die Hasfit Band S3 ist wirklich gut verarbeitet. Das TPU Kunststoffband sitzt sehr sehr gut am Handgelenk, schwitzt nicht zu sehr, ist flexibel, aber nicht zu weich und die abgerundeten Ecken am oberen Ende der Uhr tragen wirklich zu einer guten Passform bei. Nach kürzester Zeit merkt man das Band kaum noch mehr, da es wirklich gut sitzt an der Haut und vor allem das Gewicht überhaupt nicht auffällt. Selbst wenn man es über die Nacht halt für den Schlafrhythmus nutzt, fällt es kaum auf und stört auch überhaupt nicht negativ. Und somit muss ich Hasfit wirklich ein großes Lob aussprechen, denn der Tragekomfort ist echt 1A. Doch kommen wir zu den wichtigsten und das sind die Funktionen und vor allem die Funktionen mit der App. Denn die Uhr speichert alle Funktionen bis zu 5 Tage und dann muss man die oder kann die halt mit der App synchronisieren. Ein großer Vorteil ist vor allem, die App ist im Playstore verfügbar und aktualisiert sich konstant und sie ist komplett in Deutsch. Und wirklich diesmal richtig gutes Deutsch. Gehen wir kurz die Funktionen und die Einstellungen der App durch und da fangen wir mit den persönlichen Informationen an. Die sollte man wirklich ausfüllen, vor allem das Alter, die Körpergröße, das Gewicht und natürlich das Geschlecht. Dadurch kann die Schrittanzahl und die Kilometeranzahl besser berechnet werden. Es gibt auch ein paar Einstellungen für das Band. Das sind vor allem Erinnerungen und Ziele, die man sich setzen kann. Man kann zum Beispiel sagen, dass man so und so viele Schritte am Tag gehen will und dann blinkt die Uhr und erinnert einen, dass man das Ziel erreicht hat. Man kann sich einen Grundumsatz einstellen. Man kann sich zum Beispiel erinnern lassen und blinken lassen die Uhr, wenn der Temperaturunterschied von der Haut und der Außentemperatur zu groß ist. Man kann sich benachrichtigen lassen, wenn der Pulsschlag zu hoch ist und viele weiteren Einstellungen. Auch die Firmware der Uhr wird eigentlich konstant geupdatet und in dem Testzeitraum von zwei Wochen hatten wir zwei verschiedene Updates und die bringen immer ein paar neue Funktionen. Man kann mehrere Uhren auch miteinander connecten. Wir hatten hier zwei verschiedene Testexemplare und das war eigentlich kein Problem. Am Anfang benutzen wir erst die blaue, dann die schwarze. Doch machen wir weiter mit den Funktionen. Und wie schon gesagt, die Uhr speichert alles für fünf Tage und dann kann man das mit der App synchronisieren. Und da kann man sich einen ganzen Verlauf anzeigen lassen. Gucken wir uns mal zum Beispiel die Schritte an. An einem Tag jetzt nicht so viel gemacht, aber man kann sich das im Wochenrhythmus anschauen, im Monatsrhythmus und dann natürlich vergleichen, welche Tage waren gut, welche Tage waren nicht so schlecht. Wo hätte man ein bisschen mehr Aktivität machen müssen, um sein Ziel zu erreichen. Und das jedes Mal, wenn man das App updatet und miteinander verbindet, werden die Daten synchronisiert. Das gleiche gilt für den Kalorienumsatz und da hat man natürlich den Grundbedarf und das, was man extra dazu gewonnen hat. Man muss wirklich sagen, die App ist sehr, sehr übersichtlich. Alles ist komplett in Deutsch und das gefällt mir richtig gut, denn es ist nicht wirklich gang und gäbe, dass chinesische Hersteller die Apps komplett in Deutsch übersetzen und dann auch noch so gut. Der Schlafrhythmus kann hier natürlich auch angezeigt werden und da misst die Uhr wahrscheinlich die Bewegung. In der Nacht hat man viel Bewegung, hat man ein bisschen unruhigen Schlaf, liegt man still, dann hat man eher einen Tiefschlaf. Was ein bisschen schade ist, dass die Uhr das auch misst, wenn die Uhr einfach nur daneben liegt und da sollte vielleicht eine Herzfrequenzmessung zwischendurch mal ermitteln, ob man wirklich die Uhr anhat. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Man kann sich natürlich die Herzfrequenzmessung anzeigen lassen, natürlich über den Tag oder die Woche verteilt. Man muss sagen, die Herzfrequenzmessung funktioniert wirklich gut. Man hat die Uhr an, drückt auf den Knopf ungefähr drei Sekunden und dann fängt die Herzfrequenzmessung an. Diese dauert ungefähr zehn Sekunden maximal, habe ich bis jetzt immer elf Sekunden gehabt und dann wird die Herzfrequenz angezeigt. Zusätzlich muss man sagen, dass die Herzfrequenz circa jede Stunde nochmal gemessen wird. Genauso wie alle anderen Daten von der Luftfeuchtigkeit bis zur Temperatur des Handgelenks werden konstant mitgemessen und hier angezeigt. Wie man sieht, bietet die Uhr wirklich verschiedene und viele Informationen über den eigenen Körper und die Umgebung. Und das ist ein großer, großer Vorteil für alle, die einen kompletten Tagesverlauf tracken wollen, ihre Fitness so ein bisschen überwachen wollen, aber auch wissen wollen, was um sie herum passiert. Als Fitnessarmband finde ich die Uhr ein bisschen eingeschränkt, da man zum Beispiel hier keine Stoppuhr drin hat oder die Daten nicht zurücksetzen kann. Wenn man sein Training beginnt, würde man gerne die Daten zurücksetzen und dann genau wissen, wie viele Kilometer man gemacht hat. Das kann man leider hier nicht machen, da muss man sich merken, wie viele Kilometer hat man vorher gemacht und wie viele sind dazu gekommen. Deshalb sehe ich die Uhr gar nicht so als Fitnessarmband, sondern als wirklicher Activity Tracker. Und mit diesem kann man den kompletten Tagesverlauf einfach und schön aufzeichnen, dies wirklich schön und übersichtlich in dieser App anzeigen lassen. Und was man dann mit den Daten macht, ist einem selbst überlassen. Und bevor wir zum Fazit kommen, will ich noch auf eine kleine Besonderheit aufmerksam machen und das ist die Ladefunktion. Die findet man unter der Kappe auf der linken Seite und diese Kappe sitzt wirklich bombenfest. Das ist vielleicht ein Vorteil, aber auch ein kleiner Nachteil, denn ich würde glatt behaupten, die Uhr ist wasserdicht, so fest wie die Kappe sitzt. Aber es ist auch wirklich schwer, diese Kappe aufzumachen, denn man hat nur so einen kleinen Spalt, wo man mit dem Fingernagel rein muss und dann wirklich sehr, sehr, sehr feste mit dem Fingernagel dran ziehen muss und dann drücken muss, bis die Kappe mal auf ist. Wenn die dann aber auf ist und man das Gerät lädt, ist es ungefähr in ein, eineinhalb Stunden vollgeladen und hält locker fünf bis sieben Tage. Somit muss man die Kappe gar nicht so oft aufmachen. Kommen wir aber jetzt zum Fazit und das fällt durchwegs positiv auf, denn das Design hat mir wirklich gut gefallen. Die Uhr passt wirklich gut, sitzt gut am Arm gelenkt, ist nicht zu steif, ist nicht zu locker. Das Display erinnert zwar ein bisschen an die alten Kaseuhren, ist aber echt schön ablesbar, vor allem auch in der Dunkelheit gut ablesbar, wenn man den Knopf drückt und die Beleuchtung einschaltet und es bietet sehr, sehr viele Funktionen, alle übersichtlich auf einem Display angeordnet. Die Akkulaufzeit von ca. 7 Tagen und auch die Ladezeit von nur ca. 1 Stunde sprechen wirklich für die Uhr und vor allem für das gute Display, das sehr sparsam ist, vor allem bei so einem kleinen Akku von 60 mA. Die Funktionen der Uhr sind sehr umfangreich und ein Highlight ist natürlich die Herzfrequenzmessung, doch mein besonderes Highlight ist vor allem die App, denn die App ist wirklich übersichtlich, sie ist schön designt, sie bietet sehr, sehr viele Funktionen, trackt alles über einen längeren Zeitraum und ist vor allem komplett in Deutsch übersetzt und das richtig gut. Außerdem fehlende Micro-USB-Kabel für iPhone-User und der etwas fummeligen Ladekappe macht die Uhr genau das, was sie soll und das macht sie wirklich gut. Somit mein abschließendes Fazit, wenn man diese Uhr mit den aktuellen Konkurrenten von Fitbit und Jabon vergleicht, bietet sie wesentlich mehr Funktionen und vor allem Daten, die in einer App angezeigt werden, aber auch übersichtlich auf der Uhr angezeigt werden und das für einen erheblich geringeren Preis und ist somit eine klare Kaufempfehlung. Das war es mit der Review, wenn sie euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, habt ihr irgendwelche Fragen, postet es unten in die Kommentare oder schaut doch mal in unseren Social Media Channels vorbei. Mein Name ist Peter und wir sehen uns im nächsten Video.